willkommen mit alexander schumann hier heute gibt es mal wieder ein fütterungsvideo und zwar fütter ich meinen waldskorpion heterometrus lauticus kredenzt wird heute eine steppengrille und das schauen wir uns jetzt mal genauer an der skorpion chillt ganz gemütlich in seiner box ich gebe die grille hinein und er schnappt sie sich sofort mit den scheren und hat auch schon ein bein im mund die grille wehrt sich natürlich deshalb kommt der giftstachel zum einsatz und der skorpion sticht mehrmals zu der skorpion beginnt jetzt die grille zu zerteilen und sich schmecken zu lassen das dauert natürlich seine zeit ja recht viel mehr gibt es da nicht zu sehen danke fürs zuschauen schreibt in die kommentare wenn ihr fragen oder anregungen habt und abonniert gerne den kanal dann sehen wir uns im nächsten video wieder